Wie kann ich meine Calciumzufuhr schnell und einfach verbessern? Ist in Tofu-Würstchen nur Chemie? Was halten Sie von veganer Ernährung in Bezug auf Osteoporose? Welche Laboruntersuchungen empfehlen Sie für Veganerinnen? Ist auch bei vegetarischer Ernährung eine Vitamin B12-Supplementierung relevant? 5 Fragen, 5 Minuten, unsere Antworten für Dich. Los geht's! Hallo, mein Name ist Dr. Markus Keller. Ich bin Ernährungswissenschaftler am Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass Du dabei bist. In unseren Vorträgen und Workshops bei Instagram und YouTube erreichen uns viele Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen. In diesem neuen Format wollen wir in Zukunft regelmäßig Eure Fragen beantworten. Welche Laboruntersuchungen empfehlen Sie für Veganerinnen? Im Labor sollten die folgenden Nährstoffe untersucht werden. Vitamin B12, Eisen, Zink, ergänzend auch Selen, Vitamin B2, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren und sinnvoll ist auch Vitamin D und Jod. Für die Nährstoffe gibt es verschiedene Laborwerte. Meistens sind das Blutwerte, zum Beispiel bei Vitamin B12 das Holotranscobalamin und die MMA. Bei Jod würde man hingegen die Versorgung im Urin messen. Auf unserer Webseite findet Ihr eine Tabelle mit den empfohlenen Laboruntersuchungen und den Link dazu findet Ihr in der Videobeschreibung. Wir empfehlen, die Blutwerte etwa alle ein bis zwei Jahre bei Veganernährung untersuchen zu lassen. Wenn die Werte in Ordnung sind, dann passt das. Dann kann ich ein paar Jahre später wieder schauen. Ansonsten muss ich eben die Ernährung optimieren. Das Ganze gilt übrigens auch für Mischkost, denn auch da gibt es kritische Nährstoffe. Ist in Tofu-Würstchen nur Chemie? Ja, das ist ein beliebtes Vorurteil. Wir haben selber eine Studie zu Fleischalternativen durchgeführt und uns dort 80 dieser Produkte mal genauer angeschaut. Fazit war, man kann das nicht pauschal beurteilen, denn eine lange Zutatenliste muss nichts Schlechtes sein. Gerade bei den Bioprodukten sind das oftmals einfach viele Kräuter und Gewürze und das sind ja sehr empfehlenswerte Zutaten. Im Durchschnitt hatten die Bio-Veganen-Fleischalternativen gerade mal einen Zusatzstoff pro Produkt. Das war meistens ein Bindemittel, zum Beispiel das Guarkernmehl. Und bei den konventionellen Produkten waren es 3,5 Zusatzstoffe pro Produkt. Es war also gar nicht so schlimm, wie das manchmal erzählt wird. Es gab natürlich einzelne Produkte, die da auch ein bisschen negativ aufgefallen sind. Aber ganz klar, unsere Empfehlung, achtet bei den Fleischalternativen auf Bioprodukte, dann habt ihr dort einfach deutlich weniger Zusatzstoffe drin. Was halten Sie von veganer Ernährung in Bezug auf Osteoporose? Die Osteoporose ist eine Erkrankung des Skeletts, bei der sich die Knochenstruktur verschlechtert, vor allem weil sich der Mineralstoffgehalt im Knochen verringert. Der Knochen wird löchrig und porös, daher kommt auch der Name, und es kommt vermehrt zu Knochenbrüchen. Calcium ist ein wichtiger Mineralbaustein des Knochens und bei veganer Ernährung fallen ja die Milchprodukte weg, die reichlich Calcium liefern, also können es da zu Problemen kommen. Und tatsächlich hat die EPIC-Oxford-Studie eine der großen Untersuchungen mit Veganerinnen und Veganern gezeigt, dass die Menschen, die vegan leben, in dieser Studie ein 43% höheres Risiko für Knochenbrüche hatten als die Mischköstler und Mischköstlerinnen. Eine Hauptursache für den Befund war einmal eine niedrige Proteinzufuhr und eine niedrige Calciumzufuhr der Veganerinnen und Veganer. Bei veganer Ernährung ist es also ganz besonders wichtig, ausreichend kalciumreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Wie kann ich meine Calciumzufuhr schnell und einfach verbessern? Es gibt eine ganze Fülle von pflanzlichen Lebensmitteln, die reichlich Calcium liefern und auch eine gute Bioverfügbarkeit des Calciums haben. Dazu zählen vor allem die Kohlarten wie Grünkohl, Brokkoli oder Pak Choi. Dann haben wir auch die pflanzlichen Milchalternativen. Wenn die denn mit Calcium angereichert sind, dann ist der Calciumgehalt genauso hoch wie in der Kuhmilch. Und eine weitere ganz tolle Calciumquelle, die oft vergessen wird, das ist calciumreiches Mineralwasser. Calciumreich heißt, dass es mindestens 400 oder 500 Milligramm Calcium pro Liter enthält. Schaut mal einfach im Netz, da gibt es Listen von verschiedenen Mineralwässern, wo ihr auch den Calciumgehalt euch anschauen könnt. Und diese Empfehlungen, die sind nicht nur für Veganer und Veganerinnen wichtig, sondern auch Leute, die eine Mischkost essen, können davon profitieren. Denn viele könnten ihre Calciumzufuhr verbessern. Ist auch bei vegetarischer Ernährung eine Vitamin B12-Supplementierung relevant? Wie ihr sicher wisst, ist es bei der Veganernährung notwendig, Vitamin B12 zu ergänzen. Denn das Vitamin kommt eben in pflanzlichen Lebensmitteln so gut wie nicht vor. Wir brauchen also Nahrungsergänzungsmittel, angereicherte Lebensmittel oder auch eine Vitamin B12-haltige Zahncreme. Erfreulicherweise zeigen die neueren Studien, dass sich die Vitamin B12-Versorgung bei Veganern und Veganerinnen in den letzten Jahren verbessert hat, was vor allem auf eine zuverlässige Supplementierung zurückzuführen ist. Gleichzeitig sehen wir aber, dass bei vielen Menschen, die vegetarisch leben, und das bestätigen auch unsere eigenen Studien, die Vitamin B12-Versorgung nicht optimal ist. Das liegt vor allem daran, dass viele dieser Vegetarier und Vegetarierinnen auch sehr wenig tierische Produkte wie Milchprodukte und Eier konsumieren und das eben nicht ausreicht, um sich mit Vitamin B12 gut zu versorgen. Daher empfehlen wir inzwischen auch bei vegetarischer Ernährung zumindest gelegentlich Vitamin B12 zu ergänzen und regelmäßig die Blutwerte untersuchen zu lassen. Vielen Dank an die fünf, die uns diese Fragen gestellt haben. Hast du vielleicht selber Fragen, dann schreib sie doch genau jetzt in die Kommentare. Wir greifen sie dann in den nächsten Videos auf. Viele dieser Themen vertiefen wir auch in unseren anderen Videos. Schau also gerne auf unserem Kanal vorbei und aktiviere die Glocke, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus Keller.